Hallo, hallo liebe Leute, ich begrüße euch in Hamburg. Ich bin Sola von JALA Projekt. Im JALA Projekt machen wir Videos und Fotos und zeigen dir die Aktivitäten und Orte, die wenig Geld kosten. Für diejenigen, die neu angekommen sind, damit wir unsere schöne Stadt Hamburg entdecken können. Wir treffen uns immer ab reinkültig Platz. Jetzt zeige ich euch unser Redaktionsbüro. Hier ist das Kulibri. Kommt doch mit rein. Hier machen wir unseren eigenen Stadtplan und posten unsere Tipps auf Social Media. Jabba!